Eckerö Online Die Schäden sind natürlich in rechtem Schäden, wenn ich nicht so mächtig bin. Reservierung. Das würde ich nicht machen. Ich vermeide das. Das wäre mir zu aufregend. Ich gucke mal bei Frau Google. Ich gucke gerade mal nach Ecke, Linien, Online, Betalning. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Da gibt es einen PDF-Pfeil. Da gibt es keine Visa-Elektron-Karte. Ja, bloß, dass das Verified bei Visa ist, merkst du erst, wenn du dann wirklich damit bezahlen willst. Das kommt im letzten Moment. Ja, ja, genau. So wird es sein, ja. Ja, gut. Also ich mache das jetzt auch nicht zum Schluss, weil das ist ganz blöd. Dann drückt man noch einen Knopf zu viel. Und wenn ich die Kreditkartendaten schon mal eingegeben habe, dann ist das schon sehr lästig. Denn das ist ja schwer, dann wieder zu stornieren. Ja, ja, macht das so. Nee, aber ich werde mal unser Gespräch zum Anlass nehmen. Auf jeden Fall, dass ich dieses Verified by Visa oder Master, dass ich das aktiviere und dort mit dem Handy registriert bin. Denn sonst gäbe es auf einmal ein böses Erwachen. So, ich sehe hier gerade, es scheint so zu sein, dass man das erst bezahlen kann, dass man auch erst bezahlen kann, wenn man an Bord fährt. Obwohl man vorher gebucht hat oder beim Einchecken. Já beim Einheit Nies kopiert, ich denke nicht, dass man es damit kann... ... Ich würde ÈHA